Wie geht's euch? Ich war ja lange nicht mehr aktiv, aus dem Grund, weil ich ein bisschen erkältet war, Kopfschmerzen, dies, das, und da wollte ich mich ein bisschen auskurieren, aber jetzt bin ich wieder da. Ich war jetzt gerade in der Geschäftsstelle bei AWO, ja, und wen nachfragen wir den Karten von Essen? Die kriegen die am Morgen früh, ja, aber ich habe so, wie soll es gehen, wie soll es nicht gehen? Ich hoffe jetzt gerade am Stadion vorbei, es tut sich langsam was. Seht ihr das? Das macht er weiter, ich freue mich schon ganz drauf, wenn er fertig ist. Das sollte ja eigentlich im Herbst fertig werden, aber ich habe jetzt gehört, das soll jetzt im Februar fertig sein, aber sicher bin ich mir nicht. Ja, und im Dezember am 13. gehe ich auf Schalke gegen Ausburg, da freut mich auch schon riesig, weil ich bin gerne auf Schalke, ja, und wir sehen uns mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.